Hier ist noch eine Bar, wenn du 15 Euro zahlst, du musst eine Ruhe haben. Wir haben die vorhin gesagt, damit die anderen noch mitbleiben. Es kostet hier 15 Euro am Tag. Da kann man sich dann schön hierher legen. Hat einen schönen Whirlpool hinten draus. Sieht ganz schön aus. Die Liederbar. Man kann hier nochmal ein Vermögen loswerden, hier auf dem Schiff.